Die Wahrheit ist ja bekanntermaßen eine Tochter der Zeit und gerade im Zusammenhang mit Corona und diesen unseligen Maßnahmen haben ja Herbert Kickl und die FPÖ immer davon gesprochen, dass man es hier mit Zensur der allerhöchsten Stufe zu tun hat. Wir erinnern uns alle an die sozialen Medien und wie unsere Beiträge, die kritisch gegenüber dem gestanden sind, was uns das Establishment gesagt hat, gesperrt worden sind. Wir erinnern uns daran, wie viele von uns in diversen sozialen Medien die Profile nicht mehr verwenden konnten, wie Kanäle stillgelegt worden sind. Alles das sind Fakten, die wir im Corona-Regime miterlebt haben. Umso interessanter ist, dass Mark Zuckerberg, der Gründer der Social-Media-Plattform Facebook, gestern eingeräumt hat, dass die Corona-Zensur auf Facebook falsch gewesen wäre. Damit macht er in der Ferne eine sehr, sehr starke Aussage, weil er damit zugibt, dass es eben diese Zensur gegeben hat. Wir haben es ja ohnehin einmal am eigenen Leib verspürt, aber nichtsdestotrotz, dass es einmal der Facebook-Gründer zugibt, was es so gewesen ist, macht die Sache natürlich noch wesentlich interessanter. Er sagt in diesem Zusammenhang auch, dass er sehr hohen Druck verspürt hat, bis hin zu Leuten aus dem Weißen Haus, die diesen Druck ausgeübt haben, also das heißt im direkten Umfeld vom amerikanischen Präsidenten Biden. Es hätten sich hohe Beamte an ihn gewarnt. Im Übrigen habe ich es so etwas Ähnliches auch im Zusammenhang mit einer Berichterstattung und einer Diskussion rund um den Sohn des Präsidenten um Hunter Biden gegeben. Das heißt also, diese Aussage macht klar, dass man gerade in dieser Zeit versucht hat, die Medien in eine richtige Richtung zu steuern. Und man hat es nicht nur versucht, man hat es ja auch bekanntermaßen geschafft. Erst jetzt ist, wie zum Beispiel mit den Robert-Koch-Files bekannt geworden, dass der Wissensstand auch der Wissenschaft damals schon ein ganz, ganz anderer gewesen ist. Man durfte es eben nur nicht schreiben. Und genau da möchte ich einhaken, denn genau das, was Zuckerberg jetzt als Fehler bezeichnet, ist etwas, was die Europäische Union und hier wieder ein Voraus der Front Frau von der Leyen auf der europäischen Ebene machen. Nämlich mit dem Digital Services Act ein Zensurregime einzuführen, das es bis dato zumindest in ausgebildeten Demokratien noch nicht gegeben hat. Und wenn man sich jetzt darüber ärgert, dass die Zensur innerhalb der Corona-Zeit so schlimm gewesen sei, dann muss man sich einmal vorstellen, welches Instrument dieser Digital Services Act eigentlich sein wird. Denn da ist es nicht nur so, dass man sagt, dass alles, was irgendwie kritisch zu den Maßnahmen von Corona und von Regierungen gegen Corona gemacht wird, ist hier zu unterlassen und darf nicht veröffentlicht werden. Nein, das ist ja viel breiter aufgestellt. Das heißt also, hier möchte man ein ganz, ganz großes politisches Zensurinstrument gegen die eigene Bevölkerung installieren. Und vor dem Hintergrund darf man nicht vergessen, dass es die Einheitspartei von ÖVP, Neos und Grünen gewesen ist. Und natürlich auch der Sozialdemokraten, die TASS auf den Weg gebracht haben. Warum spreche ich davon, dass das ein noch viel, viel schlimmeres Instrument ist, als das, was ohnehin schon bei Corona zur Anwendung gekommen ist? Einfach deswegen, weil sich das ja auf sehr, sehr schwammige Begriffe stützt, wie zum Beispiel Hass im Netz. Ja, was Hass im Netz ist, das liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn ich mir das Standardforum durchschaue, dann ist jedenfalls Hass gegen Freiheitliche dort, ich glaube sogar ausdrücklich erwünscht. Alles andere könnte man aber, wenn man es anders interpretiert und wenn man es vor allem politisch korrekt interpretiert, und die Political Correctness ist ja das Damoklischwert in diesem Zusammenhang, dann kann man das in Zukunft dann von sozialen Plattformen entsprechend verbannen. Das gleiche gilt für den Begriff Desinformation. Also wiederum zurückblickend auf die Corona-Zeit sind Dinge, die in den RKI-Files jetzt eigentlich bestätigt werden, zum damaligen Zeitpunkt Desinformation gewesen. Genau deshalb sind Kanäle gesperrt worden und User durften ihre Kanäle nicht mehr verwenden. Oder es sind einfach nur Beiträge ausgeblendet oder mit einem entsprechenden Warnverweis ausgestattet worden. Wenn man also jetzt hergeht und sagt Desinformation, dann kann man so ziemlich alles sperren, was man sperren möchte. Das ist nicht mehr als ein Gummiparagraf der Sonderklasse. Und genau vor diesem Hintergrund ist es ja so wichtig, dass wir das blutig erkämpfte Recht von Meinungs- und Pressefreiheit natürlich auch in diesem Zusammenhang weiterhin aufrechterhalten. Denn es kann doch nicht das Angehen der Politik sein, dass man sich Dinge und Werkzeuge überlegt, wie die Menschen ihre Meinung nicht mehr äußern können, sondern es sollte der Auftrag sein. Und wir Freiheitliche nehmen das natürlich unter der Führung von Herbert Kickl auch so wahr, dass wir die ersten Verteidiger der Meinungsfreiheit sein müssen und genau das Gegenteil von dem, was uns die Europäische Union hier gerade beschert. Wir werden uns garantiert gegen die Versuche wenden, die Bevölkerung mundtot zu machen und gewisse Diskussionen von Anbeginn an zu unterbinden. Gerade die Themenbereiche Klimawandel, aber selbstverständlich auch das Migrationsthema sind Bereiche, die genau in diesen Digital Services Act hineinfallen würden. Und das ist ja auch der Wunsch hinter dem, was hier verabschiedet worden ist. Man möchte nonkonforme politische Meinungen einfach nicht zulassen, man möchte sie aus der Öffentlichkeit streichen. Wir werden uns dagegen wehren. Der 29. September ist ein wichtiger Tag in diesem Zusammenhang, weil er der Garant dafür ist, wenn wir freiheitlich als Erster über die Ziellinie gehen und in weitere Erfolge den Volkskanzler Herbert Kickl in das Kanzleramt hiefen, dann wird es solche Dinge einfach nicht mehr geben können.